Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid Rising Revenge und ich gucke einmal kurz in die Steuerung und zwar Sekundärwaffe verwenden LB ok gut ich möchte nämlich einmal hier Stangenwaffe verwenden ich weiß aber nicht genau wie ich das mache ok Geil ok Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid Rising Revenge und Och ne wir haben mal wieder Geile Musik Einmal kurz mir ein bisschen was holen und es macht schon wieder Spaß Oh die Stangenwaffe ist geil Die Stangenwaffe macht wieder Spaß Zack Ja damit Wippen haben wir was Ok Ok das ist ja immer schräger Ja Komm gib mir mal ein bisschen dein Zeug da So Okay Ok Ach Mano Ei 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 Oh, ich habe ein bisschen Probleme mit der Steuerung noch, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich bis gerade eben Final Fantasy 15 gespielt habe, äh, 15. 12 natürlich, und da ist die Steuerung inventiert, also die Kamera, ernsthaft, naja, egal, jütjütch. Alles, ich habe schon einen besseren Kampf gemacht. Ach, egal, wir laufen einfach mal weiter. Boah, die Stangenwaffe ist geil. Geil. Okay. Was? Was ist jetzt hier los, dass so viele von diesen... Komm, auf die 200 Teile. Boah, geht das schnell. Ich weiß nicht, was los ist, aber hier sind so viele Sachen. Ich wette, hier gibt es irgendwas, was gleich gemacht werden muss. Ich gucke mich. Die Elevators appear to be disabled, which we should have expected, I suppose. Ich werde die Kontrollenunit, vielleicht kann man einen Elevator hacken und machen es operativ. Oh, splendid idea. By all means, yes. Hm? Es sieht, die Guards are storming the building. Rhyden, geht back zur Entrance. Die идent zum Hive to get this elevator operational. Do not stray too far from the Elevators, Ryden. Use the weapons that around you to slow them down. Throw everything at them you can. You can control that UGD as well, yes? Give them hell. Äh... Ja... Ja... Gut... Ich hab' verstanden. Einfach alles... Zerstören... Wunderbar! Bei Heckbuss ist der Klapp! Wunderbar! 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 Gut! Ach wir können einfach laufen. Also der Doktor hört sich... Also der Doktor hört sich... Also der Doktor hört sich... Natürlich! Also ist... So geht man da durch... Okay, warte mal... Hier kann man nichts machen... Ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz, aber egal... Hallo? Ich hätte gerne meinen Muros... Ah, geht doch... Ich verstehe das... Ich verstehe das... Ich verstehe das... Aua... So, jetzt kann ich mir das Ding holen... Ich verstehe das... Hey! Okay... So... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Wow... Ach, der ist schon tot... Aber ich habe hier... Ein paar Daten... Okay... Okay... Zerstört, ja... Der Typ hört sich sowas von... Deutsch an... Deutsch an... Das ist so extrem, wie er sich anhört... Da ist noch einer... Ja... Als erstes hole ich mir hier... Ähm... Das зрiet... Das ist wichtig... Auf, auf... Das wäre... Das wäre... Das wäre... Bis zumal... Oh... Wenn! Das wäre... Okay... Okay, ich glaube, ich mache hier irgendwas. Okay, ich glaube, ich mache hier nichts. Okay, Aldo. Okay. Kann es sein, dass ich den nochmal... Okay. Schlecht. Schlecht. Zabar. Ernsthaft, dass ich nicht das Ding da bekommen habe? Ja. 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 Gut. Ich glaube, ich bin jetzt wieder alles voll. Gut. Gut. Ah. Meine Banate. Ja. Ähm. Wunderschön. Wo müssen wir jetzt noch hin? Hm. Ah, guck mal da. Ja.